Sie wollen sich vom Fingersatz oder der Bogenstrichbezeichnung großer Künstler und Pädagogen anregen lassen? In der Handy Library App können Sie diese Zugaben für Ihr eigenes Spiel benutzen. Ich zeige Ihnen gerne, wie es geht. In der Handy Library App haben Sie bei ähnlichen Musikstücken die Auswahl zwischen verschiedenen Fingersätzen großer Künstler. Dieser Fingersatz legt sich entsprechend Ihrer Auswahl sofort über den Urtext. Schauen wir ein Beispiel an. Tippen Sie in die Bildschirmitte Ihrer geöffneten Notenseite, um in den Menü-Modus zu wechseln. Tippen Sie dann oben rechts auf das Fingersatz-Symbol. Die Mozart-Klaviersonaten halten vier Fingersatz-Alternativen bereit. Probieren wir die von Bartók aus. Sie können jeden einzelnen der angezeigten Fingersätze auch löschen, verschieben, ändern oder ergänzen. Im Takt 5 und 6 zum Beispiel verwende ich lieber 5, 2, 4, 1, 5, 3. Gehen wir in den Annotationsmodus, indem wir das Notensystem gedrückt halten. Zuerst löschen wir mit diesem Zeichen die unerwünschten Fingersätze und dann per Drag-and-Drop ziehen wir unsere Fingersätze einfach ins Notensystem. Fertig. Sollten Sie sich auf Ihre eigenen Bezeichnungen verlassen wollen, können vorhandene Fingersätze und Strichbezeichnungen einfach ausgeblendet werden. In diesem Fall einfach keine Fingersätze antippen. Dieses Angebot wird fortlaufend ergänzt und erweitert. Alle alternativen Fingersätze erhalten Sie stets kostenfrei. Falls eine neue Fingersatz-Alternative verfügbar wird, so wird Ihnen dieses Update in meine Bibliothek angezeigt. Ein Fingertippen auf dieses Zeichen startet das Update. Wir hoffen, Sie werden sich auch für die vielen Fingersatz-Optionen in der Handy-Library-App begeistern. Viel Spaß beim Üben!